Musik Was mach ich dir? Mein liebes Kind, als Überstundenlohn hat mir das Leben einen Tumor im Gehirn geschenkt. Ich weiß auch gar nicht, ob das Leben auf eine Kassette passt von 2x30 Minuten. Ich glaub nicht. Und ich weiß auch nicht, ob dich das überhaupt interessiert, wer ich bin oder war. Das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König von Deutschland wäre.